hallo liebe leute hier habe ich von amazon eine mattelpuppe urzeitpuppe zum testen bekommen schauen wir uns das mal an die puppe ist sehr sehr gut verarbeitet dass es wirklich sehr gut verarbeitet die haare sind sehr sehr schön also es ist auch die bemalung sehr sehr gut sehr detailreich und sehr fein wirklich sehr hoch fein und das ist wirklich sehr gut das kopf lässt sich bewegen das ist auch elastisch das heißt es ist fast wie gummi es ist elastisches material da kann man nichts kaputt machen das alles lässt sich bewegen an dem teil also die füße beine die gelenke lassen sich bewegen diese strümpfe lassen sich bewegen das hammer lässt sich raustun wieder rein tun das kleid kann man wieder raus tun also das schmuck lässt sich bewegen auch auf dem körper es ist wirklich gut kopf nach links und rechts die hände ellbogen also das ist wirklich sehr sehr schöne puppe eigentlich sehr gut verarbeitet da kann man also nichts falsch machen das zu kaufen und da ist der kleine dino baby dabei das lässt sich auch den kopf bewegen das ist auch genauso gut verarbeitet und nicht kaputt war also das kann man gar nicht kaputt machen wenn man auch drauf treten sollte da habe mir so eine keule und diese keule lässt sich auch dann raus stecken das obere teil und dann ist innen drin eine art flamme feuer und das kleidchen ist auch sehr sehr schön gemacht bei dieser puppe und ich kann das eigentlich nur empfehlen preis leistung ist diese puppe wirklich toll also sehr schön und ein top produkt ist es